Heute zeige ich euch den X-Wing im Maßstab 1 zu 29 von Rivelle, welcher mit einer Länge von etwa 5 cm relativ klein ist. Ein schöner Bausatz der ohne größere Probleme leicht zusammenzubauen war, einzig die Dekals wollten nicht zurechtkleben bleiben, aber mit Mikrosol und Mikroset klappte es dann. R2D2 wirkt zwar etwas zerknautscht, aber bei der Größe des Modells fällt das ohnehin nur in der Nahaufnahme auf. Das war es auch schon wieder von meiner Seite und bis zum nächsten Mal. Servus! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020